So, weil es ganz so Spaß macht, lasst uns den Clipping mal in Steine rumflacken und gucken, was hier so abgeht. Hey, what's that? Äh, ein alter Schupp. Was haben wir denn da? Spitzhacki gefunden. Bam, 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 bam. Brauchen wir, glaube ich, nicht wirklich, aber... Doch, noch brauchst du für irgendwas, aber das ist nicht so wichtig, glaube ich, im Moment. Ha! Endlich mal ein paar Leute, die sich für meine Waren interessieren. Was habt ihr anzubieten? Magische Utensilien! Ja, dann. Ja, natürlich. Erzähl mal was über euch. Ich heiße Kardamon und habe die letzten 20 Jahre damit verbracht, meine Künste in sämtlichen Schulen der Magie zu perfektionieren. Ich war in Hogwarts. Aha, in Hogwarts. Ich kam nach Königsberg, weil ich dachte, dass eine Hafenstadt wie diese der ideale Platz sei, um meine Kenntnisse in bare Münze umzusetzen. Aber die einzigen Kunden, die ich hier begrüßen darf, sind ein paar Bälle, nach denen ich irgendwelches Naschwerk in den nimmersatten Rachen stopfen soll. Was wisst ihr? Königsberg gilt als einer der Haupthandelspunkte der zivilisierten Welt. Was es hier nicht gibt, werdet ihr auch anderswo nicht finden können. Allerdings bekommt man hier in Clipping nicht allzu viel davon mit. Die Leute hier sind freundlich und immer gut gelaunt, aber bettelarm. Ja, daher finde ich Freundlichkeit auch nicht mehr. Mir ist es gelungen, magische Energien so zu binden, dass sie auch von Unkundigen eingesetzt werden können. Ich spreche hier nicht von Heilzaubern oder ähnlichen Dingen, sondern von Astreiner Kampfmagie. Ich binde die Zauber in magische Gefäße, sogenannte Sphären, ein Vorgang, der recht aufwendig und sehr riskant ist. Daher sind meine Produkte nicht ganz billig, aber schaut sie euch bitte trotzdem an. Ich benötige dringend ein paar Taler, damit ich es mir leisten kann, einen Laden in Alpenberg oder am Hafen zu eröffnen. Ah! Mit 500! Machst du hier so einen Gewinn? Gut, ich werde mal ein bisschen weiße Magie kaufen für die nächsten Kämpfe. Hervorragende Mali, ja, pisstisch, pisstisch! Okay. Geh weg, Katze, du Nervs. Irgendwie komme ich nicht um die Ecke. Lala, aber was ist das? Wer bist du? Was, spaziert ihr einfach in mein Haus herein, ihr Buben? Ich muss wohl mit jemandem Benimm beibringen. Klopft dir völlig so. Äh, das war nicht persönlich gemeint. Wir machen das immer so. Das tut nichts zur Sache. Wenn ihr reden wollt, dann solltet ihr euch anständig vorstellen. Gut, ich klopfe nochmal an. So. Anklopfen. Herein! Eintritt. Jetzt können wir reden, Kollege. Grüßt euch. Was kann der alte Hagel für euch tun? Wir sind eine finsteren Geselle in auf der Spur, der sich irgendwo in Königsberg verkrochen hat. Ist euch in den letzten Tagen irgendetwas Verdächtiges aufgewertet? Putzdonner! Das kann man wohl laut sagen. Mein Hund ist verschwunden. Jawohl! Äh. Was ist daran so besonders verdächtig? Verdächtig daran ist, dass aller Orten seit Tagen das gleiche geschieht. Oder habt ihr in der letzten Zeit einen Hund auf den Straßen gesehen? Ehrlich gesagt nur Katzen. Da seht ihr's. Vor ein paar Wochen sah das noch ganz anders aus. Da sah man nur selten eine Katze auf der Straße. Ist ja auch kein Wunder. Warum? Ja, weil überall Hunde unterwegs waren, die den kleinen Biestern das Leben zur Hölle gemacht haben. Aber dann verschwand ein Hund nach dem anderen und die Katzenpest breitete sich aus. Und jetzt ist auch noch mein kleiner Fidibus verschwunden. Wir werden der Sache mal nachgehen, Hargolf. Wir haben selbst einen Hund und können eure Sorgen durchaus nachvollziehen. Meine Güte, Libra. Was quieckst du mir denn ins Ohr? Picsqueer. Wir haben Juli völlig vergessen. Die sitzt immer noch in unserem Haus in Düsterburg und wir haben hier nicht genug Funt dahingestellt. Heiliger, what the fuck? Strohsack, du hast recht? Hoffentlich hat Anquart nicht so viel um die Ohren, dass er sie ebenfalls vergisst. Okay, die Quest mit dem Hund. Hoho. Diese Katzengeschichte fängt an, mir Sorgen zu bereiten. Was soll daran so schlimm sein? Ein paar Katzen, die in der Gegend her durchstreuen? Schlecht für die Hundebesitzer, sicher, aber... Was steht mehr dahinter? Ein Mann wird gefählt und seine Katzen leckt sein Blut. Warum wurde er gefählt? Na, wahrscheinlich war er so ein Fangzahn, Fuzzi. Die verdienen nichts anderes. Das vermute ich auch. Kennt ihr zufällig die Geschichten, die man sich erzählt über Leute, die das Blut eines Vampirs getrunken haben? So was gibt's? Pfui! Bäh! Man sagt, sie verwandeln sich in sogenannte Gule, willenlose Diener des Vampirs, der sie geschaffen hat. Durch das verfluchte Blut, das sie getrunken haben, altern sie nicht und ihre Kräfte nehmen dramatisch zu. Was wurde mit einer Katze passiert, die solches Blut trinkt? Ich bin dafür, wir verschieben diese Frage aber später. Ihr habt recht, Grandy. Momentan haben wir wirklich wichtige Rittige zu tun. als uns in Biologie der Katzen zu versinken. Jemand öffnet. Tritt die Tür ein, verdammt. Verdammt, nochmal! La 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 ey, wo hasst du was geht hier? Verlöden. Schweigen. Der Lämmer. Was bist du denn? Oh krr! Krr! Du willst nicht mit mir reden, dann? Fuck off, bitch! La 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 ey, was du nicht. Steht mir nicht den Weg rum, ich hab keine Reste an eurer Gesellschaft. Immer schön freundlich bleiben, immer schön easy bleib. Easy, easy, easy. Hallo du dicker fetter Onkel, spiel mit mir. Was soll ich denn machen? Fang mich. Hab dich. Hab dich. Hab in die Kamil mit dir. Nein, nein, nein. Hey, seid gegrüßt. Bitte nehm Tonka nicht zu ernst, siehst du ein Wirbelwind. Das hab ich gemerkt. Ich weiß nicht, wir sind hier um, äh, sagen wir mal, die Stadt vor Unheil zu bewahren. Ist euch in der letzten Zeit etwas Besonderes aufgefallen? Jetzt, wo ihr es erwähnt? In den letzten Nächten hatte ich öfters das Gefühl, dass jemand um das Haus herum schleicht. Ich hab jedoch nicht gewagt, aus dem Fenster zu schauen oder vor die Tür zu gehen. Meine Nach... Na, Nachbarin hat außerdem gemeint, dass sie sich vor ein paar Nächten ziemlich viel merkwürdiges Volk auf den Straßenklippings herumgetrieben hat. Hat sie auch gesagt, was das für Leute waren oder was sie getan haben? Nein, tut mir leid. Aber ich würde an eurer Stelle auch nicht viel darauf geben. Svenja erzählt öfter ein paar solche Geschichten, damit uns nicht langweilig wird. Was habt ihr nur für Hobbies, ihr Klippinger, ihr? Dep, 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 dep. Auf... What the hell? Was habt ihr hier zu suchen? Äh, hoppla. Wir sollten was abliefern. Wir sollen was abliefern, vielleicht? Stellt es da drüben in die Ecke und trollt euch. Das mit dem Trinkgeld vergesst ihr besser sofort. Äh, äh. Heiliger Stohler, jemand muss mir den Lieferern gestohlen haben. Verschwindet. Was sollten wir hier denn abliefern, verdammt? Jetzt komme ich auch nicht mehr rein. Scheißengleister, ich glaube, ich habe irgendwas versemmelt. Moment, ich muss mal schicken. Okay, kein Plan. Auf jeden Fall, ich brauche eine Angel jetzt erstmal irgendwo. Das ist wichtig. Vielleicht bei dem. Na, der Hero, wie wärst du mit einem Fisch gerade frisch gefangen und Klug macht er auch noch? Fühlt sich nach einer sinnvollen Investition für dich an, Schatz. Ah! Langsam habe ich den Witz verstanden, Lieber. Du musst ihn nicht immer wiederholen. Was kostet denn so ein Prachtensplan? Nur fünf Taler? Hm, ne, ne. Fisch. Fisch gekauft. Was machen wir jetzt mit diesem Glitschigen Vieh? Finden sich auch noch eine Verwendung. Ganz sicher. Zwar gibt es, glaube ich, eine Angel. Wenn das mal nicht die freundlichen Herrschaften aus dem Quiekenden Keiler sind, seid gegrüßt und willkommen in meinem Haus. Entschuldigt bitte, dass wir uns in Quiekenden Keiler einfach so aus dem Staub gemacht haben, aber Wipfried hatte dringende Geschäftstermine. Habt ihr das Untier denn zur Strecke bringen können? Keine Sorge, Herr Waldemar. Die Wälder des Mark Rabenstein sind wieder sicher. Und auch Warnfried herrscht nicht mehr über die Region. Was tut ihr hier? Ich betreibe einen Handel mit magischen Früchten. Wir importieren diese seltenen Spezialitäten und verkaufen sie im ganzen Kaiserreich. Der Verkauf hier in Klipping ist eher schleppend. Ich bemühe mich darum, einen Laden in Altenberg zu bekommen, aber das ist nicht leicht. Außerdem verkaufen wir noch Fische. Das ist aber eher zum Spaß. Ich liebe die Angelei. Allerdings bringe ich meist viel zu viele Fische nach Hause. Das kann ich mir vorstellen. Da hat man beim Angeln sicher eine tolle Aussicht wegen der Steinklippen und so. Oh, da habt ihr ganz richtig erkannt, mein Sohn. Leider gibt es hier niemanden, der meine Leidenschaft teilt. Ich bin immer allein. Ahahaha, gar nichts. Also ich hätte schon Lust drauf. Tatsächlich? Ja, das ist ja herrlich. Wir könnten ein kleines Wettangeln veranstalten. Halt, äh, ich glaube, das wäre nicht besonders spannend für euch. Ich habe keinerlei Erfahrung mit so etwas. Aber das ist doch überhaupt kein Problem. Ich gebe euch eine meiner Angeln, dann könnt ihr schon mal etwas üben. Ja, gib mir die Angel, das ist das einzige, was ich brauche. Du, die Vogel. Lalalalalalalalalalalalalala, du seniler Meister Popper. Angel erhalten. Vielen Dank, gibt es was Neues in der Stadt. Ich bin erst vor kurzem wieder nach Hause gekommen und habe seither nicht so viel mitbekommen. Allerdings scheint die Atmosphäre in der Stadt etwas gespannt. Das muss wohl an der Hitze liegen. Es ist ungewöhnlich schwül für diese Jahreszeit. Wir gehen jetzt, ciao. Okay. Was kann man bei dir kaufen, Alti, Alti Omi? Okay. Lebensenergie. Astralenergie. Mentale Kräfte. Ich kaufe mal drei. Die werde ich gleich mal an Geschwindigkeit, die werde ich mal an Brandy geben. Äh, was? Mentale Kraft werde ich... Zwei, ein... Zwei Lipo und ein Maltusok. Zap, da, 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 da. Wer bist du? Bitte stört mich nicht, ich bin auf der Suche nach Inspiration. Wenn ihr wollt, helfen euch bei der Suche. Wie sieht das Ding denn aus? Fick, Rissus, Grinny, lass den Mann in Ruhe. Alter, der Spruch ist so geil. Ich bin auf der Suche nach Inspiration. Wie sieht sie denn aus? Ah, Gott. Hey, was bist du? Dach zusammen, habt ihr was für mich? Wie bitte? Habt ihr irgendwas, was ihr loswerden wollt? Weiße, weil irgendwelche Schätze, die ihr woanders nicht loswerdet? Ach so. Ihr seid so eine Art Geldwechsel? Du hast es erfasst, Junge. Ich hab nichts zu tauschen. Fuck off. Warum hast du nichts? Ich will lauter scheißeln und hab nichts zum tauschen. Hei, jei, jei, jei. Geh mal nach oben. Döp, 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 döp. Ist das der alte Gutshof? Ich denke, den werde ich mal nachts bei Nacht aufsuchen. Alles andere hat, glaube ich, wenig Sinn. Ich glaube, hier ist auch gerade zu. Niemand öffnen, ja. Man kann sich nachher auch in nächtlichen Gefilden umsehen, in hier halt, in Königsberg und da gibt es dann einige Sachen mehr zu sehen. Eine gravierte Fiole mit Göttergeschenk. Ich glaube, das ist ein... Kann man benutzen? Göttergeschenk? Wo bist du? Wo bist du? Ah, hier. LP und AP der Gesamtgruppe werden geheilt. What the fuck? Ja, Göttergeschenk, das ist so das Final-Elixier der unterwegsen Distobox. Saga. Da, da, na, 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 ich mach mal einen Kaffee. Oh! Kaffee, hey, Nonne, sprich mit mir! Sehen Sie mich niedlich, die liebe Kleine, so unverdorben und bar jeder Bosheit. Kinder sind etwas Herrliches. Teutsch euch mal nicht, gute Frauen. Gebt einem von den Rackern einen Frosch zum Spielen. Und ihr werdet euch bis dahin ungeahnte Dimensionen der Grausamkeit beobachten können. Oder die zu hart über die Kinder. Es sind doch noch Kinder. Genau. Noch besteht die Chance, ihnen die Flausen auszutreiben, bevor sie groß und wirklich gefährlich werden. Gebt Kindern einen Frosch in die Hand und sie werden ungeahnte Grausamkeiten erblicken müssen. What the fuck? Oh. Hier ist ein Fragezeichen. Allerdings, bevor ich mich zum Fragezeichen begebe, werde ich noch mal kurz zum H-H-H-H-H-Finn gehen. Ähm. Zwei Sachen wollte ich... Oh, hey, hey, Ronson. Oh, meine lieben Freunde. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich euch bin. Ich habe endlich einen neuen Fall. Was sage ich denn da? Einen neuen Fall? Nein, ein halbes Dutzend Aufträge habe ich bekommen. Aber hallo, das ging aber schnell. Wie habt ihr das hingekriegt? Ich bin einfach etwas spazieren gegangen, um mich daran zu gewöhnen, mich in dieser Kluft unter Menschen zu wagen. Und schon wurde ich von allen möglichen Leuten angesprochen, die meine Dienst in Anspruch nehmen wollen. Wenn wir wieder zu Hause sind, machen wir einen Ladenlauf-Libra. Modeberatung oder so. Bei deinem Talent werden wir sicher reich damit. Ah, ho, ho. Muss ich noch mal mit ihm reden? Ah, bin gerade dem Geheimnis der bärtigen Jungfrau auf der... ...der bärtigen Jungfrau. Oh, ho, 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 ho. Übrigens, der komische Heidi, der da oben vom Tag ohne Namen faselt, äh, steht... Also, Düsseldorf beinhaltet, glaube ich, drei oder vier oder fünf Tage. An jedem Tag steht er woanders, so kann man sich das ein bisschen zurechtlegen, weil die Tage haben Aussage, was bestimmte Sidequests angeht. Diese Flasche mit meiner Angel, könnte ich? Sie angeln! Angeln Sie dir, die Flasche! Man angelt sich ja eigentlich nicht so gern Flaschen, aber manchmal ist das wohl. Flaschenpost! Nö, nur die Flaschenpost! Äh, muss ich den lesen? Moment, bevor ich da hochgegehe, ich muss zu meinem Sachnemacher. Piss dich. Der Sachnemacher. Und? Habt ihr euch schon etwas einfallen lassen? Ah, du kommst mir gerade recht, meine Freund. Ich dir werde mache eine Schäle anzug, wo ich es völlig dicht, das nicht kenne, komme Wasser rein. Hört sich gut an. Wann kann ich das halt abholen? Ah, das nicht sei so einfach. Ich noch Zeit brauche, um das zu machen. Du musst ihn mir bringen, das zeigst. Was soll's denn sein? Wie würde er brauche? Eine große, runde Hohlkörper, den Globus, den ich gekauft habe, vierte Kopf und viel wasserfestes Stoff für den Rest? Äh, wir haben hier dieses komische, runde Ding. Ich weiß sowieso nicht, was wir damit anfangen sollen. Ah, das sei eine Globus, wunderbar Werk aus Sarabea, ich auch noch werden lerne. Und wir haben hier diese Regenjacke, die scheint halbwegs wasserfest zu sein. Ah, das nicht sei schöne Stieg, sei eine volle Stange, gell? Aber es sagt, mach Wasser, teuer drüben und dann sei gut. Bloß das sei zu wenig, du müsstest bringe zweite Jacke von gleicher Art. Oh, so ein Zufall, wir haben gleich zwei davon gekauft. Hier, die andere könnt ihr auch haben. Ah, das sehr schlau das sei. Damit Sache habe ich jetzt genug Stoff für den schönen großen Anzug. So, damit hätten wir das auch erledigt. Jetzt mit der Flaschenpost im Gepäck gehen wir zurück zu dem Mädel, zu Natascha. Hieß sie Natascha oder... Ja, ich glaube Natascha. La 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 la. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Post davon lesen muss, aber ich versuch's halt mal. Äh, nein, ich muss sie lesen. Wo haben wir sie? Flaschenpost. Da steckt ein Brief drin. Mach's nicht so spannend. Brief aus der Flasche gefummelt. Äh, äh, Flaschenpostbrief. So. Liebste Natascha, dein Vater wird nie heimgehen. Es tut mir so leid. Du findest alles, was ich für deine Zukunft zurückgelegt habe in unseren alten Verstecken-Clippingen. Möge der gütige Vater die Strömung so lenken, dass dieser Brief dich erreicht. Meine Gedanken werden immer bei dir sein. Boah, boah! Okay. Was habt ihr geschaut so ernst? Natascha! Es... Es ist wegen deinem Vater. Was ist das? Habt ihr etwas von ihm gehört? Geht es ihm schlecht? Das wissen wir auch nicht, aber wir haben diesen Brief in einer Flaschenpost gefunden. Der ist an dich gerichtet, glauben wir. Lies, Schlampe! Oh, schöne FFC-Musik. Mein Vater, ich werde ihn niemals wieder sehen. Wahrscheinlich nicht. Aber du musst jetzt auch an dich selbst und deine Ausbildung denken. Dein Vater scheint es so gewollt zu haben. Wozu wäre sonst der Hinweis auf Clipping da? Du solltest nachsehen, was er in eurem Versteck für dich hinterlegt hat. Ich mach das später. Ich hab jetzt nicht den Nerv nach, Clipping zu gehen. Warum denn nicht? Da treibt sich dieser Eisenschädel eh bald rum. Ich kenn ihn aus dem fliegenden Fisch. Das stellt er mir auch die ganze Zeit nach. Dann kann ich verstehen, dass du gerade nicht dorthin willst. Wenn es dir so unangenehm ist, können wir mal für dich nachsehen gehen. Wenn du uns sagst, wo der Versteck ist. Das würdet ihr für mich tun? Es ist ein Astloch in einem alten, abgestorbenen Baum. Es steht direkt neben dem Haus mit dem Fischhandel. Alles klar, wir schauen uns das mal an. Alles klar. Das ist ein Astloch. Allerdings möchte ich mit dem Anzug noch ein bisschen erwarten. Wenn man das so austricken kann. Astloch, 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 Arschloch, 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 da ist Arschloch, komm her Arschloch, komm her Arschloch, komm, Piss, Tisch, komm her. Piss euch, ihr scheiß Fellknäuel. Eieiei. Da ist das Astloch. Dann greif mal rein und schau, was drin ist. Naja, wahrscheinlich irgendwelche gastigen Kribbel-Krabbelfiecher, die mir den Finger beißen. Hättest du lieber nicht so an, Schatz? Sei kein Weiche, Papierfetzen halten. Papierfetzen. Wo haben wir es denn? Logbuchseite. Letzter Logbucheintrag. Endlich landgesichtet. Eingeschlagener Kurs vor. Drei Tage in südliche Richtung, dann 38 Seemeilen. Dem Morgen entgegen. Mit zehn Knotenfahrt erreichen wir letztlich die Perle des Südens. So. Ein alter Logbucheintrag. Das ist aber kein besonders fürsorglicher Vater gewesen. Da steckt sich ein Meer dahinter. Ganz genau. Und zwar steckt da ein Cheat, also ein, 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 wie Schnitzeljagd. Da steht ein Weg dahinter, wo wir einen Schatz finden können. Allerdings muss ich erst mal selber lesen, wo dieser Weg nochmal erklärt wird. Moment. So. Und zwar. Ich muss eins, zwei, drei Schritte nach unten. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 38 mal nach rechts. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn mal nach unten. Enter. Hier muss es sein. Wuhuuu. Oh man, jede Menge Schmuck, Gold und Edelsteine. Das muss sein Vermögen werden, selbst. Nataschas Schatz gefunden. Yay. Und mit diesem epischen Fund werden wir uns zu Natascha begeben. Und dann werde ich auch schon einen Cut machen, wieder mal. Ja, tut mir leid, die letzten drei Videos, also wirklich sehr viel, die Blubber. Aber es ist halt so, oh mein Gott, es ist halt unterwegs im Königsberg. Da geht es nicht so actionreich zu wie im Düstermoden. Hier, bitte. Und, habt ihr etwas finden können? Ja, haben wir. Ein Haufen Gold und ähnliches Zeug. Hier, damit solltest du vorerst keine Probleme mehr haben. Das ist alles für mich. Aber das ist doch viel zu viel. Aber was soll ich denn mit dem vielen Geld anfangen? Ich wüsste das schon einiges. Am besten du bringst es auf eine Bank. Da ist es sicher. Oder auch nicht. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Ihr seid wunderbar. Gib mir eine Belohnung, du blöde. Fotze, du blöde. Okay. Wir kriegen halt Erfahrungsbilder. Und irgendwie bekommen wir jetzt, irgendwie respektiert uns Maltur jetzt mehr oder hat eine bessere Einschätzung von uns. Keine Ahnung, irgendwie hat das Einfluss noch aufs Ende. Aber das ist eigentlich, mir ehrlich sagt Wurscht. Oh, meine liebe Freien. Die Sache habe ich alles fertig gemacht. Du können direkt mitnehmen. Wunderbar. Was soll der Spaß kosten? Oh, ich dir mache wunderbaren Preis. Drei Teile wurden eingebaut. Das mache 3.000 Dollar. Wenn ich so viel beantworte, dann verkauft es mir nicht mehr und dann habe ich Pech. Kein Problem. Gib mir bitte. Oh, das sei wunderbar. Hier, du habe Anzug. Du musst jedoch etwas aufpassen. Du hast nur begrenzte Luft darin. Wenn Luft alle sei, du musst aufmachen. Ich die Klappe von und verlasse frische Luft rein. Natürlich nichts unter Wasser. Okay. Bekommen haben wir jetzt. Wo ist es denn? Den Taucheranzug. Bäm. Vom Sachnumacher. Okay. Dann würde ich sagen, im nächsten Part werde ich mich dieser Quest verschreiben. Dann werden wir uns mal mit dem Taucheranzug ein bisschen die Seele aus dem Leib tauchen. Das war genau hier unten. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.